Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Everdream Wellay. So. Den schnappen wir uns mal. Wohl jetzt, Käfer. Also. Da der Hund nicht ganz so will, wie ich es gerne möchte. Und wir dem Hund folgen sollen. Und es irgendwie nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Da habe ich mich mal informiert, wo ich jetzt weiterkomme. Ja, und das solltet ihr euch dann auch entsprechend merken. Ich mache das jetzt extra hier gleich am Anfang. Dieses ganze Geplänkel, was wir jetzt hier vor uns haben. Denn schlussendlich wollen das wahrscheinlich alle wissen. Weil der Hund hundertprozentig nicht bei allen funktioniert. Und dann möchte man natürlich wissen, wo muss ich denn jetzt hin? Und um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Ja. Habe ich mal geschaut, wo muss ich hin? Was ich gerade schon sagte. Oder wo würde mich der Hund hinführen? Und das ist ja wirklich ein sehr wichtiger Aspekt, um überhaupt weiterzukommen. Genauso habe ich auch gelesen, dass einige hier wirklich Probleme haben. Und dem möchte ich natürlich dann doch ein bisschen nachgehen. Gerade beispielsweise habe ich gelesen, da hat jemand Probleme mit dem Dünger. Und wenn ich jetzt hier Dünger streue, seht ihr, dass das Gras wächst. Es wächst, aber es wird nicht gepflanzt. Ja, also das Gras kann man damit düngen, dass es sozusagen größer wird. So. Und jetzt habe ich dann auch gelesen, dass es eine Zauberflöte gibt. Übrigens danke an der Stelle für den Spoiler. Ich wusste das noch nicht, dass es eine Zauberflöte gibt. Wahrscheinlich hängt die zusammen mit dem Baumhaus, wo auch einige Probleme haben. So, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen da hin. Das ist schön, wie man das hier so gar nicht sieht. Aber ich bin hier schon mal oben auf. Das ist alles neblig. So, und irgendwo hier... Muss etwas sein. Hier ist ein Stein. Du hast einen Geheimschlüssel. Yay, und es hat mal überhaupt nicht funktioniert. Und lässt mich raten, der Hund, der... Der kommt hier gerade schon in die Richtung. Ey, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das ausprobiert habe. Und dann warten wir jetzt hier, bis der Hund da ist. Der Hund versucht jetzt hier irgendwie herzukommen. Da kommt er schon. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn jetzt da? Ja, komm her. Scheinbar funktioniert die Quest nicht, wenn man... Neu startet. Bleibt mal hier. Und jetzt kommen wir mit. Komm her, ich hab hier mal was vorbereitet. Zeig mir, dass es zählt. Es ist ja super. Kommen wir wieder zu einem Bug, wo wir nicht weiterkommen. Dann können wir das Haus nicht weiterbauen. Und... Wir können dem Hund nicht folgen. Sekunde. Ah, jetzt war das Falsche. Irgendwann muss doch der Hund hier vorbei sein. Jetzt ist es vorbei und er haut ab. Nice. Funktioniert mal gar nicht. Okay, also jedenfalls da müsst ihr euch der Hund hinführen. Finde ich jetzt mal wieder schade, dass es nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es auf den anderen Konsolen. Also beispielsweise auf der Playstation. Oder vielleicht funktioniert es auch auf der... Ich weiß gar nicht, ob es auf der Xbox erschienen ist. Kann ich jetzt gar nicht hundertprozentig sagen. Ne, ich muss da lang. Irgendwie war doch das Haus. Da. Was passiert, wenn ich da reingehe? Nix. Also ich kann hier nicht rein. Gar nichts. Okay. An dem Briefkasten kann ich auch nicht. Damit kannst du etwas Wichtiges öffnen. Nö, das nicht. Im Briefkasten auch nicht. Nö. Tja, was soll ich sagen. Das ist doof gelaufen. Da muss ich schon wieder das Let's Play unterbrechen, bis dieser Bug behoben ist. Oh mein Gott. Leute. Wirklich bis hierhin. Echt. Alles super. Alles toll. Ja, klar. Ein paar kleine Abstriche hier und da. Man konnte sich, ich sag jetzt mal gewisserweise, durchschummeln. Halt irgendwas halt nicht hundertprozentig gepasst hat, ne. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel hier die unsichtbare Kollision. Nehmen wir mal das hier als Beispiel. Das ist so wieder ein Paradebeispiel. So, wo ist es? Wo war es? Ein bisschen weiter hier hinten. Hier konnte ich, glaube ich, lange über die Wand laufen. Oh. Oh. Okay, haben sie den Fehler schon mal behoben mit der unsichtbaren Wand? Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Aber ihr könnt gerne mal in einen der vorherigen Parts gucken. Wo ich das erste Mal hier war oder wo ich die Schweine und so weiter. Da konnte ich entsprechend drüber laufen in der Luft. Insofern, also ich habe mir das nicht ausgedacht, ne. Wie gesagt, das ist ja auch alles in Ordnung, wenn sowas passiert. Das sind so Kleinigkeiten. Aber wenn dann halt ein Spiel komplett nicht funktioniert. Weil eine spezielle Aufgabe nicht funktioniert. Dann läuft da was ganz schön falsch. Und das ist etwas, das müssen die Entwickler dringend angehen, wenn sie die Spieler nicht vergraulen wollen. Weil schlussendlich, der Entwickler muss so schnell wie möglich reagieren, damit er das Vertrauen des Spielers nicht verliert. Denn wenn der Entwickler das Vertrauen verliert, kauft keiner mehr Spiele von diesem Entwickler. Gut, jetzt sollte man da nicht in dem Augenblick EA oder sowas nehmen. Weil einige finden ja die Spiele trotzdem toll. Genauso auch Ubisoft und so weiter und so weiter und so fort. Aber als Indie-Entwickler ist es umso wichtiger, dass hier das 1&1 beachtet wird. Ja, also hier haben sie, glaube ich, den ganz großen Fehler gemacht. Dass sie das Spiel parallel released haben, obwohl es eigentlich noch gar nicht richtig fertig ist. Wenn man es mal so nimmt, ne? Ich meine, nur hier alles, in dieser Umgebung, es wirkt lebendig. Es wirkt farbenfroh. Und so weiter und so weiter und so fort. Aber... Ich meine, nur allein, dass ich jetzt hier irgendein Schwein, das hier gerade rumläuft, nehme. Und es läuft in meinem Hof rum, ne? Genauso auch wie Wildschweine. Was machen die da? Wir streicheln nochmal das Schwein. So, wir gehen jetzt hier hin. Und bringen das Schwein hier in diese Sphären. So. Und dann kann ich das Schwein verkaufen für 1600. Zack. Weg ist es. Und schon habe ich wieder Gold. Ja. So, wir suchen hier mehr nach Wert. Ne, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ja, es sind so Kleinigkeiten. Wenn auf einmal Schweine bei mir auf der Farm auftauchen, warum soll ich dann vorher so weit weglaufen? Das sind Sachen, das hätte man bei weitem angenehmer lösen können. Ach, ein Tag verbleibend. Ja gut, aber es sollte kein Problem darstellen. Außen 500. Tja. Wolle ich mir irgendwo ein Schwein, dann habe ich das. Das ist, wie gesagt, also ich finde es jetzt ein bisschen ärgerlich. Ah, ich wollte gerade sagen, wieso dreht sich das nicht? Aber doch, mach das. Okay, das dreht sich, das dreht sich, das dreht sich. Das braucht ein bisschen, bis es mal reagiert. Okay. So, und jetzt wollen wir uns mal ein paar Enten und verkaufen ein paar Enten. Weil davon haben wir massig. Wieso folgen wir die Enten nicht? Normalerweise nimm eine Schnecke und die Enten folgen dir. Äh, okay. Ah, jetzt folgen sie mir. Folgen mir jetzt alle Enten? Wir gucken. Ihr habt das ein bisschen falsch verstanden. Es sollte nur ein Teil folgen. Ja. Äh, was machen die Enten da? Es ist einfach, ja. Hinterfragen wir das Ganze mal nicht, ne? Aber wie gesagt, ich komme mit dem Baumhaus nicht weiter, weil das halt nun mal leider verpackt ist. Ja, bau da oben oder errichte da oben mein Baumhaus. Ja, würde ich gerne, aber ich darf nicht. Suche mit dem Hund den Schlüssel. Würde ich gerne, aber er macht das nicht. Mittlerweile macht er jetzt noch nicht mehr mehr das Suchen. Ich kann ja, wie gesagt, ich kann ja nichts errichten. Tja, und damit schließt sich der Kreis. Also, wir müssen jetzt hier wirklich warten, wie es jetzt weitergeht. Mit einem Patch, was da behoben wird und so weiter, weil so ist es aktuell, ich sag mal, Nicht tragbar. Wow, und jetzt gibt es auch noch Frame-Einbrüche. Nice. Für das Pferd. Mit dem Pferd kann ich auch nicht reiten, was mir eigentlich sozusagen vorher... Ja, nicht groß angekündigt wurde, aber angekündigt wurde. So von mir, hey, mit dem Pferd, da kannst du reiten. Aha, okay, gut, ich kann mit dem Pferd reiten. Aber irgendwie auch nicht. Wie gesagt, das soll jetzt kein Held sein, das ist einfach nur Kritik. Die Leute zahlen dafür. Und dann sollen sie auch was ordentliches dafür bekommen. Ich meine, man zahlt dafür 20 Euro. Und klar, ich habe es geschenkt bekommen, aber... Das heißt nicht, wenn ich es geschenkt bekomme, dass ich da nicht ehrlich meine Kritik äußere. Das ist, wie gesagt, ärgerlich. Kann auch hier nicht das bauen. Ich kann hier mal ganz kurz hingehen, aber... Nö. Aus der Bienenstiche würde ich mir da jetzt nichts abholen. Gut. Dann, ja... Ich mache dieses schöne, liebe, nette Let's Play mal wieder. Ein paar Tage Pause. Ich werde das Ganze natürlich für euch beobachten. Wann kommt hier ein Update? Was zur Hölle? Ihr habt alle gesehen, dass ich das nicht war. Ich werde den Spielstand auch nicht speichern. Also, ich werde das dann nochmal angehen. Weil... Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Bin ich ganz ehrlich. Weil so bringt mich das nicht weiter. Und wenn ich mir das damit jetzt verpackt habe... Wäre das mehr als ärgerlich. Gesamt 26 im Teich. 26. Danke. Dann würde ich sagen, liebe Leute... Ja, das war es schon wieder. Wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich mit dem Patch wieder. Ich sage danke. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020